Hallo und willkommen zum Stationiers Let's Play und wir sind dabei unsere Maschinen aufzubauen und wir gehen rein ins Spiel und das ist am produzieren, hoffentlich. Zeig mal. Robic-Maschinen, 13%, gut. Okay, es produziert und wir werden in der Zeit den mal vollenden. Da brauchen wir wieder unseren Schweißbeiner. Wir brauchen sicher wieder unsere Kunststoffplatten. Nein, Eisenbleche brauchen wir. Eisenbleche. Dann wieder Kabel. Dann... Ach, die Steuerung ist zu hart. Plastikplatten. Jetzt. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich wieder angestellt. Gut, mach mal das zu. Jetzt habe ich mich ganz, ganz, ganz verzwirbelt. Nein, 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 nein. Ja, jetzt. Ah, hier kann ich... Ah, die Anordnung ist da. Okay. Gut, wieder was gelernt. Ähm, Plastik wollten wir. Und jetzt noch mit dem Schraubendreher fixieren, gell. Gut. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht zwei drucken. Okay. Wir brauchen Kabel. Und dann wieder unsere Kabelzange. Was wir den Anschluss hier gerade direkt machen können. Gut. Wunderbar. Dann können wir mal einschalten und wir brauchen Kabel. Als erstes. Das weiss ich jetzt schon. Sind Kabel? Nein. Ah, nicht die schweren. Die leichten. Du müsst... Hier kann man durchswitchen. Wenn man sich da mal verklickert, dann ist passiert mit dem Zeug. Jetzt unser Kupfersteck natürlich hier drin. Aber wir haben doch noch mehr Erze zum Schmelzen. Hier haben wir nichts drin. Aber hier hatten wir noch Eisen. Starten wir mal. Wir können eh alles Eisen durchschmelzen. Weil wir müssen jetzt vorm Sturm noch schauen, dass wir den Raum hier dicht kriegen. Mehr oder minder. Weil dann haben wir es ein bisschen angenehmer. Einfach so als kleine Vorschau auf das, was uns noch blüht. Und wir müssen hier noch eine Leiter montieren. Dann... Ich glaube, das ist gerade das Erste, was wir dann anschließend machen. 96, 97, 98, 99, 100. Und ausschalten. So. Drehen, drehen, drehen. Und die Position. Perfekt. Wie ein Meister. Drehen, drehen. Und jetzt investieren gerade wieder die letzten beiden Kabel hier. So. Und jetzt machen wir den noch zusammen. Das sollte wieder genau gleich sein wie die anderen. Dann die Kabel. Dann die. Und mit dem Schraubendreher machen wir das Kicks. Wunderbar. Das sind unsere drei Standardmaschinen. Die brauchen wir. Einfach am Anfang. So. Krass. Wir haben es gerade hingekriegt, die zu bauen. Wir haben jetzt hier das Kupfer drin. Das brauchen wir. Und zwar... Wir nehmen das Kupfer und geben es hier in die Drahtmaschine. Und das Eisen und Gold kann wieder hier rein. Nichts rumliegen lassen. Und hier produzieren wir jetzt Leitern, oder? Genau. Ah, wir können eigentlich schon die fetten Treppen machen. Warten, wir haben ja genug Eisen. Wir machen... Es sollte eigentlich reichen. Wir haben ja genug Eisen. Wir machen die fetten. Dann haben wir das erledigt. Ein Treppen-Kit. Hier. Wir brauchen drei Stück. Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Und... Du solltest doch Kabel machen können. Ah. Ich brauche eine Kabelspule, ja. Genau. Eine. Kein Strom mehr. Gut. Wir haben ja unseren Generator online. Dann schalten wir dich auch mal ein. Und wir können... Können wir gerade Nachschub? Warte mal. So. Haben wir gerade alle Kohle rein, die wir haben. So. Jetzt sollte das auch wieder funktionieren, oder? Shit. Wieso nicht? Wieso? 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 Wieso nicht? Weil der Stromanschluss hinten ist. Und ich habe... Verdammt. Ah. Scheiss. 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 Ich habe... Ich habe... Gut. Wir machen es so. Wir drehen das Ding. Wie können wir es demontieren? Mit... Mit dem Schraubendreher. Und die packen wir mal hier rein. Gut. Gut. Wir brauchen auch noch die Zange. Das war jetzt richtig dumm von mir. So. Genau. Und zwar Strom. Das Netzwerk. So muss es sein. Gut. Da ist Strom. Und da ist Netzwerk. Falsch angeschlossen. So. Jedes Mal. Ich sage es euch. Wenn ihr das Spiel spielt. Was mich natürlich freuen würde. Wenn ihr es auch spielen würdet. Dann werdet ihr merken. Dass es die ganze Zeit so läuft. So. Und jetzt. Kohle. Da kann ich noch lange einsteigen. Ah. Es funktioniert. Sie haben Strom. Gut. Produziere mir mal noch die Leitern. Mach mir doch noch ein paar Spulen. Sicher ist sicher. So ist gut. Das reicht. So. Wie lange brauchst du denn für dein Zeugs? Nicht so lange, hä? Wo habe ich es jetzt hingepackt? Hier. Die zweite. Brauchen wir drei Stück. Und dann brauchen wir noch, ähm, diese super Grundrahmen-Dinger. Ah. Der muss natürlich auch eingeschaltet werden. So. Ups. Falsche Richtung. Ah. Das wäre der dritte. Okay. Gut. Dann, ähm, brauchen wir, ähm, Eisenrahmen, hä? Mach mal. Drei brauchen wir sicher. Und dann schauen wir mal. Gut. So. Kannst du noch aufhören? So. Gut. Jetzt Treppe. Treppe. Ich habe mir da was überlegt. Und ich hoffe, es funktioniert. Ähm, wir düsen hoch. Mit Geländer. Mit Geländer. So. So. So habe ich mir das gedacht. Dann, druffen zombieren. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. und dann produzieren wir nach eisenplatten das eisenbleche wie verrückt eisenbleche eisenbleche daher genau die machen wir noch hier ein jahr ein gut dann brauchen wir unser schweißgerät eisenbleche das ist ein blöderes problem so und jetzt brauchen wir das catpack nicht mehr wenn wir hoch müssen so wunderbar ich halte mal aus ich sah mir ein jetzt machen wir uns kurz das liegt ja noch um das schmeißen wir hier ein so wunderbar gut wir haben keine ärzte mehr wir haben durst wasser luft alles wir gehen hoch in unserer base nice für zu und tür auf ok wunderbar die luft passt hierhin jetzt das kann man aus dann helm auf dann nehmen wir mal nahrung dann hat es hier wasserflaschen drin wo ist es jetzt wenn man nur kurz drückt da gibt es halt nur so zwei drei prozent aber wenn man wohl haben will dann muss man halt lang drücken essen voll gut und jetzt sind wir in unserem raum wo wir atmen können jetzt können wir auch hier die sauerstoff tank vom anzug entnehmen hier einstellen wieder rausnehmen und jetzt ist der druck runter gefangen und wir haben jetzt hier richtig luft drin und hier haben wir co2 drin so gut die sonne geht auf der batterie wechseln das sehen wir es noch 83 prozent ist okay wechseln wir okay wir schauen dass alles ausgeschaltet ist was haben wir sind 30 minuten so gut ich gehe jetzt tagsüber form und da jetzt machen wir in der nächsten folge so gut vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020